Manche Leute finden Frühaufstehen ziemlich uncool. Musste man in der Schule ja auch schon immer. Aber die hier, die kriegen das gut bezahlt. Und das ist schon wieder ziemlich cool. Diese Typen hier machen alle eine Ausbildung in Metall- und Elektroindustrieunternehmen. Sie dürfen vom ersten Tag an Verantwortung übernehmen und bekommen dafür auch ordentlich Geld. Das lässt sie ganz schön unabhängig sein. 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 Ja... Untertitelung des ZDF, 2020